Das Ergebnis ist von Udo Klötzl zuvor, er hat natürlich 65 und nicht 64 Punkte gehabt. Also 65 Punkte für Udo Klötzl. Es kommt Maximus Holsteiner von Cardino mit Jenny Dahlmann, Finnland. In Finnland zu Hause, Jenny Dahlmann, Maximus 2. Welchen Name? Aus der Holsteiner Zucht, neunjährig, Cardino mal Contender. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, alles bleibt liegen. Auch hier haben wir lediglich einen Punkt, der nicht mitgenommen wurde. Und nun sind es 64 am Ende in 71,9 Sekunden für Maximus und Jenny Dahlmann.